Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Hicka fragt nach. Mein heutiger Studiogast ist Martin Balluch. Martin Balluch ist Obmann des Vereins gegen Tierfabriken und mittlerweile rechtskräftig freigesprochener, mutmaßlicher Kopf einer terroristischen oder mafiösen Organisation der Tierschützer in Österreich. Herr Balluch, Sie und zwölf Mitangeklagte sind in Wiener Neustadt sehr lange vor Gericht gestanden und Sie waren offenbar Staatsfeind Nummer 1 in Österreich. Erklären Sie mir ein bisschen, was haben Sie getan, was macht Sie so gefährlich? Es klingt wie ein Witz, für Tierschutz haben wir uns eingesetzt. Allerdings ich für meinen Teil ziemlich lange schon, ich habe schon 1984, 1985 als Student begonnen mich zu engagieren, da waren Tierversuche das Thema an der Uni, bin dann 1989 immer intensiver in den Tierschutz gekommen und seit 1997 beim Verein gegen Tierfabriken und da haben wir schon gewisse Fortschritte erzielt, zum Beispiel ein Verbot von Legebatterien, dass man eben Legehühner in Käfige einsperren darf, die natürlich der Tierindustrie einiges an Geld gekostet haben und wo offensichtlich einige Gruppen von Personen, die hier betroffen waren durch diese Fortschritte und durch diese besseren Tierschutzgesetze, plötzlich hier also einen Schlussstrich ziehen wollten und uns verhindern. Das haben Sie das Lobby gemacht und das war ja dann europaweit auch, wird das immer wieder als führend und positives Beispiel bekannt gemacht, dass Österreich hier eine Vorreiterposition hat. Absolut, also Österreich war jedenfalls offiziell stolz auf diese Fortschritte. Wir hatten das erste Pelzfarmverbot der Welt, wir hatten ein Verbot von, bis heute natürlich, ein Verbot von Wildtieren im Zirkus, dann ein Verbot von den Legebatterien, dann kam ein Verbot von Menschenaffenversuchen, Tierversuchen an Menschenaffen, ein Verbot von der Haltung von Kaninchen für die Fleischproduktion in Käfigen. Das waren alles echte Fortschritte, die international von Bedeutung waren im Tierschutz. Und dann hat sich aber dieser Stolz gewandelt, offenbar sind Sie dann verfolgt worden. Was war der Anlass, der konkrete Anlass, dass Sie polizeilich verfolgt wurden? Also der ist für mich unklar. Ich weiß aus den Akten nur, dass im Oktober 2006 ein Staatsanwalt in Wiener Neustadt begonnen hat, hier Ermittlungen zu eröffnen gegen uns. Das war natürlich zu dieser Zeit uns nicht bekannt. Diese Ermittlungen wurden dann beschleunigt durch eine Sonderkommission im April. Formaler Anlass, vorgeschobener Anlass würde ich sagen. Damals war das das Auto, ein Mercedes, eines Firmenbesitzers, gegen dessen Firma eine Kampagne gelaufen ist von uns, beschädigt wurde von unbekannten Tätern. Das wurde als Anlass genommen. Was war die Beschädigung? Ist das angezündet worden? Nein, das Auto wurde mit roter Farbe übergossen. Und der Besitzer hat dann gleich den Innenminister angerufen, offenbar kennen die sich persönlich. Wer war das, der damalige Innenminister? Das war Günter Platter. Und am nächsten Tag schon hat er eine Sonderkommission, eine Sitzung mit den Polizeispitzen von Österreich durchgeführt. Und eine Sonderkommission wurde gegründet, die aber nicht nur dieses mit Farbe übergossene Auto, diese eine Straftat, gegen die ermitteln sollte, sondern einer der Aufträge war von Anfang an, alle administrativen Möglichkeiten zu nutzen, um unsere Kampagnen, unsere Kundgebungen, die völlig legal und verfassungskonform sind, zu stoppen. Genau. Angemeldete, nicht untersagte Kundgebungen und ein Auftrag an die Sonderkommission war, das zu stoppen. Und es wurde dann ja konstruiert, es gibt eine mafiöse Organisation, die versucht hier maßgeblichen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und da hat der Rechtsstaat dann die schwersten Geschütze aufgefahren, die ihm zur Verfügung stehen. Was ist da passiert? Ja, also es gibt diesen Paragrafen 278a, der eben Leute theoretisch in das Visier der Behörden bringt, wenn sie versuchen, politisch in Einfluss zu nehmen und dabei irgendeine Straftat passiert ist oder passiert sein könnte von diesen Leuten. In dem Fall das mit Farbe übergossene Auto. Und natürlich versuchen wir auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wir versuchen Firmen dazu zu bringen, tierfreundlicher zu agieren. Aber mich interessiert, was ist konkret passiert? Da wurden ja Wanzen in ihrer Wohnung installiert. Es wurden Beilsender auf ihr Auto bestückt. Die Telefone über ein Jahr, eineinhalb Jahre zumindest angezapft. Zwei Spitzel wurden in ihr Büro eingeschleust. Und alles ohne konkrete Ergebnisse. Hat es da konkrete Straftaten, Ergebnisse gegeben, die bewiesen werden konnten? Überhaupt nicht. Also über Jahre ist das hingegangen. Es gab auch eine Videokamera, eine versteckte am Eingang zu unserem Büro. Ein Beilsender auf dem Auto. Wie gesagt, zwei Spitzel. Natürlich, diese ganzen Operationen wurden geheim durchgeführt. Und sie haben überhaupt kein Ergebnis irgendeiner Straftat geliefert. Aber mein Eindruck ist, diese Sonderkommission hatte von vornherein eigentlich gar nicht das Ziel, Straftaten aufzuklären, sondern eine aktive Tierschutzorganisation, den Verein gegen Tierverbrechen zu zerstören. Die Republik kostet diese jahrelange Überwachung ohne Ergebnis. Das dürfte über 10 Millionen Euro sein. Man muss bedenken, diese Sonderkommission hatte 35 Beamte und Beamtinnen als Mitglieder, die aus der Mordkommission abgezogen wurden. Man muss also sagen, hier hat irgendjemand politisch entschieden, bevor wir Morde aufklären, verfolgen wir einen Tierschutzverein. Und dann kam es trotzdem, obwohl keine einzige konkrete Straftat nachgewiesen wurde, zu einem Prozess, der über ein Jahr gedauert hat in Wiener Neustadt. Warum, glauben Sie, ist das so weit gekommen? Wem sind Sie im Weg gestanden? Die Tierindustrie, die ist offensichtlich der Meinung, unsere Tätigkeit ist für sie gefährlich. Die Jägerschaft ist sicher nicht erfreut. Und wir wissen ja mittlerweile über alle verschiedenen Veröffentlichungen, dass die Jägerschaft ein Netzwerk bildet in den höchsten Kreisen der Republik. Und denen sind wir halt auf die Zehn gestiegen mit unseren Aktionen. Und so hat man diese ganze Sache ins Rollen gebracht. Und kaum war es im Rollen, war das irgendwie nicht mehr zu stoppen. Wenn man schon so eine riesen Sonderkommission hat, dann muss es danach auch einen Prozess geben. Das Ganze wurde mit diesem § 278a fingiert und ist ja letztendlich in einem kompletten Freispruch geendet. 14 Monate Prozess und totaler Freispruch, der jetzt rechtskräftig ist. 14 Monate Prozess, rechtskräftiger Freispruch. Was hat das für Konsequenzen finanzieller Natur? Sie mussten da ja zwei-, dreimal die Woche über ein Jahr lang erscheinen. Sie konnten wahrscheinlich nichts arbeiten. Sie hatten Anwaltskosten. Kann man das beziffern irgendwie? Zunächst einmal war ich dreieinhalb Monate in Haft, was ja auch schon sehr dramatisch ist, wenn man das völlig aus dem Blauen kommt. Dann wurde ich jahrelang mit diesem Verfahren bedroht. Dann wurde das Verfahren 14 Monate durchgezogen. Und dann musste ich ja auch noch einmal ewig warten, bis jetzt erst, also nochmal weitere 14 Monate nach dem Freispruch, bis jetzt erst die Staatsanwaltschaft anerkannt hat, dass dieses Urteil rechtskräftig ist. Ich musste dazwischen die ganze Zeit Anwälte zahlen. Ich musste private Detektive einsetzen, um zu beweisen, dass es diese Spitzel überhaupt gegeben hat. Die wurden ja von der Polizei verschwiegen. Es wurden Spitzel eingeschleust, das ist ja besonders bekannt. Die haben nichts gefunden. Und bevor man sagt, ja, wir haben Spitzel eingeschleust, die nichts gefunden haben, hat man gar nichts davon erwähnt. Ja, das war ein typisches Vorgehen dieser Sonderkommission, alles was entlastend ist, zu verheimlichen. Und das haben sie bei den Spitzeln gemacht und das haben sie auch bei chemischen Analysen aus ihrem Polizeilabor gemacht, die uns entlastet haben und das wurde dann völlig verschwiegen und, und, und. Eine ganze Reihe von solchen Maßnahmen, die diesen Prozess verhindert hätten, wären sie öffentlich geworden. Kann man das beziffern, was der Schaden in etwa ist? Ja, also wir haben, ich würde sagen, jetzt rein Verteidigungskosten pro Angeklagten 500.000 Euro. Dazu kommen natürlich der psychische Schaden, dazu kommen noch die Kosten für die Privatdetektive, für die Gutachter, die wir haben mussten. Das mussten wir alles sich zahlen. Und die Anreise, alles das mussten wir natürlich selber zahlen. Aber trotz dieser Restriktionen hat man sie nicht mundtot gemacht. Ihr Kampf gegen Tierleid geht weiter. Und Sie fahren derzeit mit dem Verein gegen Tierfabriken ja eine Kampagne gegen Tierversuche, eine groß angelegte. Und vielleicht erklären Sie mir ein bisschen, was passiert hier in unserem Land und vor allem auch, was passiert in Niederösterreich. Was muss man sich darunter vorstellen? Passieren Tierversuche noch? Ja, das Problem ist, dass die Tierversuche in Österreich und auch in Niederösterreich so geregelt sind, dass jeder Versuchsantrag genehmigt wird. Er muss nur so human wie möglich sein. Und dann kommen dann so verrückte Versuche raus, wie zum Beispiel in Himberg, südlich von Wien, ein großes Tierverzugslabor. Dort hat man 49 Ratten aus der Gebärmutter, knapp vor ihrer Geburt, herausgeschnitten, lebend, 20 Minuten unter Wasser gehalten. Und dann den Rest ihres Lebens einfach beobachtet, weil sie einen Gehirnschaden entwickelt haben durch diesen Sauerstoffmangel, während sie unter Wasser waren. Und dann hat man mit ihnen Verhaltenstests gemacht, um zu schauen, ob sie ängstlicher sind als gesunde Ratten. Oder ob sie sozialverträglicher oder unverträglicher sind. Solche Versuche können stattfinden. Und wir fordern jetzt, dass es ein neues Tierversuchsgesetz geben muss, das endlich Tierschutz in dieses Gesetz einführt. Das heißt, gewisse Versuche, die rein aus Neugier geschehen, wie dieser Versuch, müssen verboten werden können. Die Freiheit der Wissenschaft muss eingeschränkt werden können durch Tierschutz. Da kann man sich ja auch auf einer Petition eintragen. Vielleicht sagen Sie mir ganz kurz. Das kann man genau. www.vgt.at, unsere Webseite, slash Tierversuche. Da gibt es eine E-Mail-Protestmöglichkeiten plus eine Petition, die man unterschreiben kann. Bis 10. November wird es ein neues Tierversuchsgesetz geben. Das ist sozusagen eine EU-Vorgabe. Und wir fordern, dass das jetzt endlich ein strenges Genehmigungsverfahren gibt, sodass solche unnötigen Versuche auch verbietbar sind. Momentan kann man die gar nicht verbieten. Und das Gesetz muss jetzt endlich diesen Schritt vollziehen, dass gewisse unnötige Versuche grundsätzlich verboten werden können. Herr Palloch, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Meine Damen und Herren, wir sehen einander wieder am letzten Freitag im August, wenn es wieder heißt, Hicca fragt nach. Auf Wiedersehen. Ja, da sieht man, wie kurz.